Ja, Intro, du darfst abspielen. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rocket League mit dem Micha. Hallo. Und dem Flip. Servus. Servus. Ja, wir sind voll dabei, habe ich gehört. Gut, gucken wir mal. Schauen wir mal, wie es läuft. Die letzten Male lief es ja schleppend. Ich habe es schon geschafft, unter 300 zu kommen. Aber, ja, genau. Mehr sagen wir mal dazu nicht, oder? Dann ist gesagt. Finde ich auch. Gut, dann Exploit und... Ach dort, ich wollte gerade sagen, ich habe ihn erinnert. Leve Gott Ninja und ein Steuernbier. Was? So. Halloween-Stimmen ist immer noch. Wir haben jetzt alle einen Wuschelpeter hinten dran. Ne, habt ihr ja nicht mehr. Bin ich jetzt der Einzige mit Wuschelpeter? Ne, ich habe meinen. Du hast nur einen Wuschelpeter dran. Und ich bin schon wieder super am Treffen, habe ich gesehen. Oh, der, der ist doch... Sieht fast aus wie gewollt. Das erste Mal, dass ich mit dem Auto fahre. Mal gucken, ob mir das vielleicht Glück bringt. Na, ich glaube ich nicht. Ich glaube ja auch nicht. Oh, der kämpft. Oh, der ist doch... Ja, fast. Hätte er klappen können. Der ging an die Latte. Dort hüpft er und geht an die Latte. Aber zum Glück ist ja unser Abstauber da. Ne? Hm, natürlich. Immer zur Stelle, wenn es ums Abstauben geht. Und wir meinen nicht den Staub vom Schrank. Leider. Nicht so konzentriert, Jungs. Nicht anders als sonst. Hm. Das habe ich aber schon anders erlebt. Aber doch nicht von uns. Hm. An einem gewissen Venus behügelten Abend war es nicht so ruhig. Aber dafür legendär. Legendär, ja. Irgendwie habe ich schon wieder mein ganzes Kabel verfriemelt. Passt. Oh, oh. Ja. Und durchgeflutscht. Manche schießen da so merkwürdig an den Ball. Dass der da immer ganz komische Bewegungen macht. Hups. Hat nie geklappt. Ah, was? Wer war das? Das war nicht ne? Ne, irgendjemand hat mich geblockt und dadurch konnte ich nicht auf den Ball. Ich bin voll auf den Ball zugestürmt und zack. Kommst du angehüpft. Du Böser. War keine Absicht. Du hast denen geholfen, ein Tor zu schießen. War es denen? Das war Absicht. Das habe ich gespürt. Mist. Irgendwo. Hängst du gerade. Oh. Ja. Ich war es nicht, Philipp. Micha war es. Genau das. Ui. Rückkampf. Wer hüpft daneben? Wer habe ich denn hier weggehüpft? Nein. Gott. Das alles andere wäre jetzt... Oh, Mist. Da war kein Boost mehr da. Jetzt habe ich zumindest wieder 34% Boost. So wird das nichts mit dem Tor. Ach, so geht es doch. Da muss er nochmal... nochmal ranhüpfen und abstauben. Natürlich. Weil ich hätte ihn zu weit links gehabt, oder? Siehst du das? Ne. Doch. Da ist er rein. Ne, ne. Da wäre er an der Ecke gehüpft. Ganz sicher. Ne. Ich wollte nur noch dein Abstauben legalisieren, Mensch. Das ist immer legal. Bei mir. Ach so. Die Lizenz zum Abstauben. Das glaube ich ja nicht, Tim. Mann-O-Meter. Nein. Kurven nicht gekriegt. Äh, so ist er rückwärts gegangen. Ich komme. Ich komme, ich komme. Toll. Dann schießt er den Ball weg, wenn ich da hinkomme. Nein! Ihr schubst doch! Nur damit du abstaubst. Nein! Doch, was machst du denn? Ja, keine Ahnung. Wahnsinn. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Die Strafi dafür. Was? Das Abstauben. Ich habe doch nicht abgestaubt. Ich habe verhindert, dass du ein Tor schießt. Ach ja. Oh. Männer. Das hat mal geklappt. Was denn? Nein! Mann. Jetzt muss er mich schon dran hindern, da irgendwas zu machen. Guck. Und gehst du weg, Männer. Ach ja. Ihr habt so oben. Manchmal. Und was machst du schon wieder? Ich fliege. Du, der andere. Wieso? Was soll ich machen? Was macht er denn? Er ist am Start schon wieder übelst. Rumpgesprungen. Guck dir das an. Eiskeil verwandelt. Manche brauchen die Abstauben, die, wa? Zack. Ich habe den anderen abgeblockt. Hm. Ganz bewusst, ne? Hm. Ja, schießt mich noch wieder übers ganze Feld. Soll denn das. Und dann vor der Nase wieder alles wegklauen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich null Boost habe. Och, Mensch, das war doch ein Torschuss, siehste. Dann hol mal den Boost da drüben, da war noch keiner. Der Kameramann ist wieder da. Och, Mann. Hat nicht ganz geklappt. Oh. So ein Held. Ich muss verhindern, dass wir gewinnen. Ein Tor, egal wohin. Oh, da. Ich hätte ihn reingelassen. Errungenschaft, Familie, keine Freunde. Errungenschaft, Fahr um dein Leben. Ich muss schon sagen, ich bin gerührt. Zwei Errungenschaften. Und wo ich keine Ahnung habe, was die tun. Oder was ich dafür getan habe. Errungenschaft, das hier. Das kann das mit der Familie gewesen sein. Farme dein Leben. Starte dein Kampfauto mit Supersonic Fury Detector und Lackierung aus und gewinne das Spiel. Was, Supersonic Fury Detector? Was für ein Ding? Was ist das? Ne, das ist es gar nicht. Egal, es geht weiter. Supersonic Fury Detector. Wahnsinn, was es denn alles gibt. Oh, fast. Ja. Och. Das wäre meine Vorlage gewesen. Meckert dein Gegner aus, der ihn geblockt hat. Ich kenn das. Warum steht es nicht wieder auf den Weg? Warum spielt eigentlich Salzen Exploiter wieder mit? Ich wurde abgeblockt. Bitte durchfahren und reinsteht es dort. Weil ich abgeblockt wurde. Abgeblockt. Ich habe die Leidenschaft genossen. Siehst du? Alla legitimes, äh, legitime Entschuldigung. Ja, muss ich schon sagen. Da hat mein Heli dreimal vibriert. Was war das denn? Sup, sup, sup. Ich habe da nur normalerweise nur ein zup, zup. Das verwirrt mich. Vorsicht, Jungs. Nicht den Ball zu mir lassen. Hallo, ihr wisst, ich bin im Tor. Wenn, wenn ich im Tor bin und die schießen, dann wird es ein Tor. Ey. Man kann doch richtig geile Pirouetten drehen, habe ich gerade festgestellt. Wenn man das möchte. Was ich da für eine Kacke fahre zusammen. Warum fährst du eine Kacke zusammen? Weil ich totale Kacke zusammen fahre und hüpfe. War aber richtig geile Kacke. Die dampft schon fast. Aber ihr könnt das ja zum Glück. Man nennt mich ja auch nur die Kamera. Der Absterber hat leider versagt. Ey, ich war nur da als Backyard, ne. Weil du wieder versagst. Ja, klar. Oh Gott. Ich bin im Tor. Nein. Ah. Was? Was? Ich bin im Tor. Du, der Pixelmantor war das im Tor. Oh, der hat eine schöne Pirouette gedreht. Ja, und? Schönes Ding. Ne, wieder hin. Mist. Da war das Tor. Was war das denn? Bin ja nur weggefahren. Tor. Ne, doch ne. Ich nehm dich da. Fast. Ja. Schieben rein. Na. Rein dort er jetzt. Solche Kribbels. Die sind ja echt von ganz schlechten Eltern. Und? Ja, ja. Da hat er ihn wieder gekriegt. Ja, wir haben jetzt nicht reingegangen. Ohne meine Hilfe. Der sagt böse Wörter. Der schreibt böse Wörter. Warum macht er das? Möchte seinem unten Luft machen. Oh. Yes. Ich hab auch ein Tor. Das klingt ungesund. In manchen Situationen möge das ungesund sein. Aber es gibt auch Oh, ich bin wieder Bronze 3. Was ein Abschluss für diese Folge. Bronze 3. Ich hab dich wieder. Ach, schön. Ganz lang. Die Folge Bronze 3. Was? Und nächste Folge dann selber. Und dann Gold. Das wäre aber eine ganz schön lange Folge. Warum denn nicht? Dann sagen wir hier vielen Dank. Bis zu sehen wir. Euch hat es gefallen. Wir sind über Feedback. Wir freuen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Adios. Tschüss. Schnell.